Sollte alles laufen? Ihr seht vor dem Hintergrund auch was es hoffenweise Memory braucht? Ich wollte ja jedes Mal ewig zum Laden Wüsst du nicht was? Ja, eigentlich nicht So, direkt am Anfang nehmen wir Waffen abgehend sehe ich gerade Ich habe einen Schuss vergoldet mit der guten Waffe Das würde mir Waffen Jesus niemals erlauben Vergeben meine ich doch So, da hinten war auch nur Scheiße drinnen, ne? Ich lasse das einfach mal in Ruhe Wir gehen uns mal direkt nach oben hier So Dann geht es langsam los Das war's! Ich bin's gemütlich! Also, wenn wir hier wieder gehen wollen, die ich nicht Ich bin's gemütlich! Wo bin ich? Die kommen in der Zeit? Ich werde hier nicht weg. Ich werde hier nicht weg. Ich werde hier nicht weg. Was ist das? Also, da brauchen die zwei Schüsse! Meine Fresse! Ich hab doch vorhin anfangs Wettlevel doch nur einen Schuss gebraucht oder sowas! Meine Fresse! Also mit Feuer! Tatsächlich brauchen wir zwei Schüsse! Was mach ich hier eigentlich gerade? Ich bin doch auch dumm! Eigentlich wird es viel denn voller! Achtung! Wobei das vielleicht dumm ist! Egal, ich versuch's trotzdem! Man will ja auch ein bisschen Spaß haben an der Welt! Ihr Pitzes! So! Oh, Alter! Ich dachte schon! Wie ist denn das für ein cleveres Manöver? Okay, die Helm! Wieso... ...wieso... 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 ...wir sind die hier immer noch? ... Alle kamen zur Party auf diese KackIMs hier... ...verlucht uns nicht! Ein Pack von der Stimper. Obwohl doch. Die Kutu war es doch. Wie viel Position kann ein Mensch verbrauchen? Verschwenken. Holy moly, wo bin ich dann verbraucht? Ja. Das ist doch mal eine ordentliche Verwendung einer guten Munition. Echt mal. So, das da drinnen wird das Spartisch. Kann ich das vielleicht wieder zumachen, wenn ich das nicht? Ja. Ja, okay. Die von drinnen können ich die leider auch aufmachen. Ich hatte aber die Türen, ne, dass man am Anfang nie weiß, weil manche Türen können die gehen halt aufmachen, aber manche nicht. Und ich dachte auch. Oh. Hmm, wasser? Achso, genau, der Hände zu ziehen. Ich schieb ab. Ich schieb ab. Die Hände. Boah, Alter. So, ich glaube, das Pass kriege ich nicht verschoben, weil ich da vorher die Dinger auflöse. Von daher. Oder doch? Aber wenn ich das... Hä? Wie habe ich das denn dann ausgelöst? Ah, so war das. Mit Gen-Klicken? Ja, das Ding da ist echt... Äh... Also... Ist natürlich voll direkt in Scharen. Komplett. Einfach. Alles. Aber nein. Wie das habe ich dafür jetzt wissen, wo ich so bekomme. Oder? Das Secret of War... Hä? Ne! War gar nicht für die Waffe. Hä? Was habe ich denn dann bekommen? Ach gar nicht, ich bin bereits voll! Wow! Das ist ja mal nice! Wow, das ist ja... Wow, das ist wow! Wow! Ach, ich war der Kacke! Der war billig! Kacke! So, ähm... Kann ich dich einfach hier killen? Nein, kann ich nicht, weil da leider ein böser, bösiger ist! Ja, ja, das war... Zu da ran gekommen! Na komm, komm, komm! Äh, erst mal hier ausrichten... Wo bin ich jetzt? Ich hab auch... Alter, ich hab ja nichts! So, das ist die Tür, wo ich hier möchte! Geht auch! So, aus euch beide, meine Lieben! Oh! Äh... Lassig! Wozu ist der Raum eigentlich überhaupt gedacht, sag mal? Was gibt's hier eigentlich? Ich meine, da hinten... Da gibt's nochmal eine blaue Kugel, aber mehr halt auch nicht, oder? Ist doch da irgendwas besonderes? Ne, ne? Eigentlich ist der Raum hier komplett useless! Andi, das ist bloß die blaue Perle! Der ganze Abschnitt hier ist kompletter Verarsche! Ich hab's doch gewusst, man legt mich rein! Hätte ich mal das Hellgedruckte gelesen! So, hier war das jetzt... Keine Ahnung mehr! Einfach! Ne, okay... So also nicht! Wie denn dann? Oder einfach nur schneller? Doch, einfach nur schneller! Ah! Ah! Okay! Die... Das Ding, da bin ich... 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 Äh... Also... Jedes Mal! Also... Es... Da kannst du nur bekloppt werden! Gut... Ich nehm nochmal die richtige Waffe! Oh! Ah! 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 Okay. Sieht gut aus. Gut, dann... Wie war das jetzt? Erst die... Ja, war fast gut. Dann muss ich also doch erst die beiden hier... Okay, das ist dann der Ausgang. Dann erst die hinteren Beine, oder? Erst die bei dir. Ah, genau. Okay. Dann noch wieder zu. Okay. 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 Das hier, da muss ich mir merken, das nehme ich mich auf jeden Fall mit. Das war gerade falsch rum. Wobei, die da sind, alles gut. Okay, das war genau das Falsche. Genau. Hält die Tür doch auf oder geht die wieder zu noch eine Weile? Die bleibt auf. Sehr schön. So. Bin ich nicht mehr alles ge- ähm, okay doch. Also, Händchen für den Kacko-Demon. Da war es jetzt doch von Vorteil. Die Map. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, bis dann. Da, da bitte. Danke.